So, Hallöchen, da bin ich wieder mit einer neuen Folge in Assassin's Creed Odyssey, im DLC Das Schicksal von Atlantis. Falls ihr immer Bock habt, könnt ihr gerne im Livestream bei mir auf Twitch schrägschicht Liebeskrieger, also schräg mal Namen, ne? Genauso wie hier auf YouTube vorbeischauen und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne mal einen Daumen hoch, beziehungsweise unter Umständen auch ein Abo, schrägschicht ein Follow, wie ich das eher nennen würde, aber okay. Und am letzten Mal haben wir ja erfahren, dass Adonis jetzt hier ein bisschen Bock hat, erstmal will er abhauen und B, in Ruhe stiften, oder er muss ohne Ruhe stiften, damit er abhauen kann, so gesehen. Und wir gesagt haben, jo, wir helfen dir und jetzt, äh, mach ich, äh, weiterhin damit, ähm, was ich gerade suche. Äh, achso, Moment, ich muss kurz mal ganz kurz, genau, hier wollte ich nämlich hin. Ne, da wollte ich hin. Das wäre hier. Wolle ich erstmal ein Pferdchen? Und dann geht's jetzt noch da hin. Weil irgendwie, guck mal, guck mal drauf, der Karte. Äh, äh, ich habe gerade so das Gefühl, dass ich falsch schreite, ne? ein Problem ist, aber ich will jetzt gerade hier nicht hier diesen großen Bogen machen. Äh, gibt's hier echt keinen weiteren Übergang? Und, Leute, das muss doch hier irgendwie noch ein, ja, mein ich doch. Du musst es doch noch einen geben. Hier war ich auch schon. Ich? Genau, ja, hier war ich auch schon. Und dann müssen wir... ...wahren wir jetzt hier auch hin. Und dann dann da rüber. Und dann können wir uns erstmal da oben, um diesen Point. Noch so viel zu tun, bevor ich, äh, glaube ich... ...ja, Ethos ruinen. So. Ähm. Äh, mich da zu... ...sefonis. Der Sefonis. Bitte, Waage. Keine Wachen? Okay. Nichts erwartet. Dass hier irgendwie noch wieder... ...meine Mama, eure Freunde und Wachen und so rumlaufen. Aber hier ist ja gar nichts. Naja, finde ich auch nicht unbedingt so schlecht. Der Rebellengipfel. Hallo. Sprichst du Ross? Wer ist ein guter Hund? Ross ist ein guter Hund. Ehrlich. Solche kleinen Sachen mag ich natürlich überhaupt. Ähm. Haben wir eigentlich hier... Ne, wir haben nur noch den Auspunkt. Äh, Aussichtspunkt. Okay. Hier ist ja... ...echt so eine Autoloot-Funktion, wir müssen sich haben. Hier so im Vorbeigehen. So, tack, 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 tack. Sollte mich mal interessieren. Da oben. Sollte mich grad sagen, wo müssen wir mal lang? Sollte mich grad sagen, wo müssen wir mal lang? Ich mag diese Mucke. Ich, ich, ich kann's nicht erklären, warum. Rossing-Schwert, fauliges Fleisch. Ich kann ja mal hier beim Schmied rangehen. Ach, nö. Oh, da war ich auch nie drin, ne? Jetzt mal ohne Scherz. In dieser ganzen Geschichte war ich nie... ...drinne. ...verkaufen wir einfach ein bisschen was. Sorry, gerade dafür, Leute, aber... Oh, da war's cool. So viele Sachen. Ich mach einfach mal mein Lager ein bisschen leer hier gerade, wenn ich die Chance habe. Ich nutze das ja mal nicht. Ziegenkäse? Kann mir einer mal bitte sagen, wo man Ziegenkäse, äh, kriegt? Ich weiß nicht mal, wo ich diesen her habe. Das ist kein Scherz. Ich weiß es wirklich nicht. Ich könnte auch schon eine Werkstatt aufmachen. Und das ist eine Ton-Tafel. Okay. Und das ist eine Ton-Tafel. Ah, sorry, Leute, das ist jetzt mal ganz kurz. Mein Kopf dreht sonst durch. Ich kenne mich. Also, durchdrehen im Sinne von wegen soll ich... Ja, wie gesagt, dann wieder hier, wann willst du das nächste Mal machen? Irgendwann denke ich da nicht mehr dran, ne? Aber ich bin auch zum Glück, äh, ruhig. So. Als einer darauf geachtet hat, wie viel Asche das war, der kann das mir gerne mal sagen. So, warte mal, wir können auch mal was. Herzlich Willkommen! Äh, das bringt mir nix, das bringt mir nix. Das ist alles so... Oh, warte mal, hier. Wir holen mal, wir holen mal 470 hier für, äh, für hier die, das komplette Holz da. Ne, dann wäre mal pleite, das ist das Schwachsinnig. Brauchen wir das eigentlich? Wir brauchen eine Ton-Tafel-Holz, haben wir genug, Dings haben wir genug. Ah. Nehmen wir mal 100 kaufen. Brauchen wir Fälle. Fälle haben eigentlich auch genug, aber ich nehme mal so 2000. Dann passt das schon. Brauchen wir hier von was noch, von denen. Komm, nehmen wir 500. Ich bin gerade in Spendierlaune, wir müssen Geld ausgeben hier. Kaufen wir ja sonst nix ETC und dann kann man das ja mal machen. Sorry, wie gesagt, gerade da, wenn das ein bisschen langweilig ist. 40.000. Uh, da habe ich jetzt aber richtig Asche ausgeben. Bitte, frag mal nach deinem Herz verlangen. Ja, ne, ne, alles gut. Gehen wir es vom Tisch. So, also, das wäre jetzt aber richtig gerade viel Asche. So, jetzt müssen wir einmal hier. Äh, kann ich eigentlich... Und los geht's. Die dieses Pferd hin hier nehmen. Damit teleportieren. Ich weiß es auch schon gar nicht mehr. Naja, habe ich mir gedacht. Übrigens, bevor ich vergesse, auch schön abspeichern. Also, im Sinne von wegen, dass ich mir keinen Kopf mehr mache. Ach, das ist hier Marmo, Jungs. Sehr schön. Dass sie nicht erkannt werden, ne? Das war ja beim letzten Mal geil, ne? Ich muss mich verstecken. Äh, da hatte ich ja das Problem, dass ich, äh, den Spaß hatte. Und... Das nicht mitgekriegt hab. Äh. Und, äh, da war noch ein Dritter. Der hat mich getroffen. Der kann mich doch gar nicht mehr sehen. Also, ich mach jetzt mal wirklich diese Hide in Seek damit, gerade. Ich hab auch gerade, glaube ich, Glück. Dass der andere nicht auf die Jagd geht. Also, da war ja noch ein Zweiter, ne? Ich muss noch den Marmor zerstören. Also, die Jungfer. Das mach ich mal gleich. Ist der aber... Ah, hat er endlich aufgegeben? Ja. Achter dann. okay so einfach geht das aber ich habe schon wieder festgestellt ich habe nicht gewartet für meinen angriff und dadurch habe ich mir die popo karte gehabt einfluss wieder ein wenig weiter geschwächt so jetzt könnte ich ja mich auf dem weg hier machen dann habe ich diesen ganzen part hier vor mir um die modi und da war glaube ich sie dann trifft karte das ist übrigens neu und ich muss hier die dinge machen mein kopf sagt mir natürlich wieder mache es weiter und ich habe auch bock zu ich mache das jetzt das heißt ich kann dahin dann kann ich erst mal wieder schnell reise machen da habe ich ja schon zwei von vier territorium erfolgreich komplett bereinigt den karten wie ein bisschen falsch also abgegrast erledigt ich weiß nicht wie ich beim letzten mal das gemacht habe ich glaube ich bin mein letztes mal hier so vorbeigekraxelt deswegen hat das funktioniert dass das nicht aktiviert worden ist mit dieser mission aber hey es gibt was schlimmeres zum glück so die idee das ist das einzige was mich so ein bisschen traurig stimmt also dies klingt auch komisch aber ohne witz dann müsste ich glaube ich da lang dass es nämlich weniger aussichtspunkte gibt ich sag's mal so du hast ja eigentlich nur gefühlt eins zwei drei hier fünf sechs sieben wahrscheinlich hier noch ein acht und neun vielleicht auf zehn komme ich wie mal darum ich sag mal neun ich weiß es ja noch nicht ganz genau und sie ich irgendwie finde ich das ein bisschen wenig da hätten sie vielleicht unter umständen den einen oder anderen marmor marmor jungfern punkt auswählen können ich habe jetzt auch nur daran weil hier von da oben nach da unten so dass das das wird interessant würde ich sagen das bedeutet nämlich dass ich gleich auf die nuss kriege aber warte mal wie kann das noch erstmal anders machen ja fängt schon gut an ein mauer 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 zwei mauer mauer also zwei mauer mauer jungs sind schon hier unten die leute wir hier haben ach da ist auch noch direkt einer okay haben wir hier noch was das haben wir das wird ein wenig zückig würde ich sagen na gut dann werde ich mich jetzt mal oh sorry da ist ganz schnell der nieder gekommen so könnte ich gerade noch das ausmachen werde ich mich echt mal gleich darum kümmern beziehungsweise ich habe ja noch eine fähigkeit kann ich das jetzt hier auch so erweitern okay ergibt leider nur vor schade das finde ich jetzt natürlich echt ein bisschen doof fest so hier die adonis und die wir drei ok ja dann würde ich mal sagen 紅 und du und du